und trotzdem ist es erstmal so ich habe den noch 59 meine Fresse haben wir noch viel ähm das kann man ganz kurz mal die angucken der sieht noch in Ordnung aus der sieht noch in Ordnung aus du da hinten siehst mich nicht du bist du bist egal oder ja du hast einen eingeschränkten Bewegungsradius lassen wir die doch mal bewegen so jetzt beginnt sich das ganze erst zu bewegen das Haus bringt mir schon mal nichts da stehen es wo doch ich könnte mich sneaky reinschleichen dann hier raus schon mal das bringt mir aber nichts dann hier raus dann hier raus ja alles da unten ja die gucken jetzt auch mal oben rum Intelligenz aber nicht so hoch anschätzen hätte der jetzt nicht geschossen wie hat denn der mich jetzt gesehen na gut wir haben ihn ausgenockt der hat mich auch irgendwie gesehen ich habe keine Ahnung wie die haben Rentenblick das kannst du mir nicht erklären die schießen immer und dann treffen sie mich und wenn sie treffen dann bist du aber instant death kann mich jetzt hier noch eine Weile hinstellen so geht's auch da kommt der nächste der hat allerdings leicht getroffen kommt jetzt noch einer weil das haben wir ja schon ordentlich dezimiert was ich übrigens mal abspeichern werde Spielstand speichern welcher ist denn aktuell ich erkenne das gar nicht ich glaube das ist die 26 für alle die sich wundern warum ich das das ist auf einmal nicht mal erkenne in meinem Fernseher wo ich immer drauf spiele der spielt das ist es ungefähr drei meter weit entfernt gut hat das schon mal geklärt ich glaube die haben einfach so ein Radius wo die das gar nicht sehen da ist es also lol lol okay der der ist blöd wie Sau aber trifft mit der Pistole oder was auch immer trifft der verdammt fack neue truppen ich muss raus hier hier ist das Fundbüro des Drecks ja gut zum Glück haben wir schon ein bisschen weiter gespielt wieder das ist das hier sein das wäre es noch wenn wir das noch machen müsste ja auch hab ich schon überhaupt keine Lust mehr das wird den noch mal gleich mal raus kommen der wird jetzt gleich Alarm schlagen er wird es den Typen sehen so und dieses mal haben wir einfach besser getroffen was jetzt 1,2,3,4 noch ich hab noch 32% da rennt der nächste hin alter das gibt's doch jetzt nicht ja von mir aus kannst du immer so laufen und der nächste kommt hat uns aber ausnahmsweise mal getroffen so so ein Medikit das wir uns sofort anverleiben und diese Munition die ich da unten habe sehr schön kommt da jetzt noch irgendjemand oder kann ich langsam mal ins Looten denken da kommt noch jemand da kommt noch jemand alter naja ich glaube wir haben die die Maschinengewehre so hoch gelevelt und deshalb funktioniert das so gut oder könnte es mir anders nicht vorstellen weil das wir so gute Schießkünste haben kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen dann hier noch ein bisschen Munition sammeln wir müssen demnächst wieder ein bisschen mit AK spielen ich baue einen Schalter im Fall noch noch ein Medikit nice und nochmal ein bisschen Munition für diese Pistole oh 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 das habe ich schon gedacht da hat wieder was entdeckt der hat was entdeckt gehen wir nochmal zurück da werde ich jetzt gleich den Toten sehen oder auch nicht da kommt aber wahrscheinlich direkt gleich wieder zurück irgendwann direkt gleich wieder zurück irgendwann ja genau da hat noch so ein Teil nein na dann aus mit dem da anziehen bitte das hier und die Munition nehmen wir auch noch mit Munition rüber ich habe gerade für diese russischen Waffen gesammelt ohne Ende oder ich ne ich tue die ganzen Dinger schon gar nicht mehr auslooten oh 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 der Kerl kommt back den kann man noch auslooten weil ich glaube der ist dumm der hat nix und der hat noch ein Medikit was was wir uns einverleiben und ein bisschen Munition und das schaue ich mir jetzt nicht an weil ich glaube wir haben alle Medikits da kommt noch jemand nein du nicht also ein bisschen erschreckt hat es mich also ein bisschen erschreckt hat es mich der macht seine normale Runde dann echt nichts gesehen Alter was ist denn das für ein scheiß Typ und wieder mal ein bisschen Pistolen Munition und jetzt ganz ehrlich hauen wir ab wir müssen sprinten ja wohl wir haben es geschafft Mission wurde erfolgreich abgeschlossen eliminierte Gegner 29 Erfahrung 1059 K.O. geschlagene Gegner 0 Erfahrung 0 am Leben belassen die Gegner 3 Erfahrung 286 Missionsziel Stützpunkt verlassen gefundene Dinge 3 von 8 Erfahrungspunkte am Leben belassen die Gegner 3 Gesamterhaltung 1.631 Das Büro Juhu wir sind endlich mal wieder am Heimathafen unterwegs das ist doch auch mal wieder schön damit ist mal etwas länger wie sonst Achja Ich habe die Information die du gefunden hast ausgewertet und auch mit dem Don gesprochen Hector Martinez ist ihm kein Unbekannter Der Mann ist eine große Nummer im Drogengeschäft Das wird hier immer besser Überraschung es kommt noch besser Meiner Recherche nach operiert Martinez nur von Guatemala aus fliegt selten ins Ausland und niemand weiß wo er sich genau aufhält Dank der Unterstützung der dortigen Militärs ist der Mann gut gedeckt Ja warum sollte es auch einmal einfach sein Wie vertreibt er denn hier seine Ware? Genau das habe ich mich auch gefragt Sein Mann vor Ort ist ein zwielichtiger Typ der sich selbst Shark nennt Laut einem FBI Bericht hält er sich mit seinen Leuten in der alten Metro Station auf Ein guter Platz für eine lokale Drogenküche Was meinst du? Ein Besuch wäre sicher angebracht oder? Exakt Wenn dieser Shark der direkte Kontakt zu Martinez ist muss er wissen wo sein Boss zu finden ist oder wie man an ihn herankommen kann Ich habe uns alte Metro Pläne besorgt Sie müssten noch weitgehend stimmen Ich mach mich mal auf den Weg Uff Inception Ähm Unglaublich Einfach nur unglaublich Ab Tür auf Und Ein bisschen verkaufen Jetzt mach ich noch schnelles Verkaufen und dann mach ich Aufnahmepause Was macht denn der wieder so komisch? Was haben wir dieses Mal? So Was kannst du mir anbieten? Das kaufe ich mir auf jeden Fall schon mal Dafür kriegst du das hier und das hier und das hier und das hier und Und Ich hoffe ich habe nichts aussortiert weil es sieht so wenig aus Und das hier und nochmal das hier Ähm Das hier noch Also Zack Da ist nix mehr Da ist nix mehr Da ist nix mehr Da ist nix mehr Ich glaube ich habe echt was aussortiert Da ist nix mehr Da ist nix mehr Da ist nix mehr Da ist nix mehr Na los Ja mit dem Ding Was bist denn du für einer? Ah Das lässt sich verkaufen Das war ein Diamant drin Den soll ich dann vielleicht auch verkaufen Ja Ich glaube das war es das also wirklich So Das ist Das ist Das ist Das ist